Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir, wenn wir eine Raw Reaction haben, wollen wir trotzdem darauf reagieren können. Und wir wollen sagen, hey, das ist quasi dieser User gewesen und so weiter und so fort. Auch wenn das ganze Ding nicht mehr im Cache ist. Und das zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie das aussieht. Ich reagiere hier oben einfach mal auf irgendeine Nachricht. Und am Ende haben wir hier überall Kackhaufen stehen. Ich sehe das jetzt schon vor mir. Aber ja, eine Raw Reaction sieht folgendermaßen aus. Die hat mehrere Attribute, nämlich einmal Message-ID, User-ID, Channel-ID und Guild-ID und am Ende ein Emoji. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir können das nicht einfach so umwandeln. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir, also wir wollen im Endeffekt genau das hier wieder ausgeben. Wir wollen genau dasselbe machen und das kopiere ich jetzt einfach mal hierher. So, wir brauchen also irgendwie den Channel. Okay, wir brauchen den Channel, wir brauchen den User, wir brauchen die Nachricht, damit wir den Inhalt auslesen können. Und wir brauchen das Emoji. Das Reaction-Objekt kriegen wir hier nicht mit. Leider, leider. So, wie machen wir das? Wir fangen einfach mal vorne an mit dem Channel. Ist relativ simpel, muss ich sagen. Wir können einfach den Client benutzen und dann die Funktion getChannel aufrufen, die uns über payload. oder den wir über payload.Channel-ID kriegen. Also hier einfach die Channel-ID nehmen, da reinschreiben, fertig. Dann habt ihr den Channel und den User kriegt ihr genau gleich. Client.getUser. Einfach auch die User-ID wieder reinschreiben. Payload.User-ID. So, jetzt haben wir sowohl User als auch Channel. Jetzt, wie kriegen wir die Nachricht? Nun, für die Nachricht gibt es eine spezielle Herangehensweise. Und zwar sagt man dafür, Message ist gleich. Und jetzt könnt ihr aus dem Channel sozusagen die Nachricht per ID auslesen. Das heißt, jeder Channel hat eine ID. Und jede Nachricht hat pro oder ist pro Channel einzigartig. Das heißt, eine Channel-ID, beziehungsweise eine Nachrichten-ID gilt nur für den Channel. Okay. Deswegen müsst ihr das Ganze über den Channel auslesen. Channel. Und jetzt Achtung, sie haben es leider umbenannt. Früher hieß es GetMessage. Heutzutage heißt es FetchMessage. Discord hat noch vor gar nicht so allzu langer Zeit ihre API komplett auf eine neue Version hochgeladen. Und deswegen könnt ihr quasi die ganzen alten Stack-Overflow-Posts leider nicht mehr benutzen. Was mir das Leben wirklich teilweise zur Hölle gemacht hat hier. Aber ja, Stack-Overflow ist leider sehr, sehr gut. Aber eben nicht, wenn jemand gerade mal sowas updatet. Und hier geben wir natürlich das Emoji aus. So, und jetzt starten wir das Ding mal neu. Und gucken mal, was dann passiert. Bibob eingeloggt. Und so, wir reagieren hier mal auf das Hallöchen. Mit einer Zunge, die rausgestreckt ist. So, und jetzt sehen wir. Ah, okay. Ich habe vergessen, es als String zu konvertieren. Weil das natürlich eigentlich kein String ist. Das Emoji. Einmal starten, bitte. So. Wir reagieren, indem wir reagieren. Okay. Und wir sehen hier unten jetzt Morpheus Nummer 9581. Reacted on Hallöchen with Kackhaufen Emoji. Das ist wunderbar. Ja, und das ist genau das, was wir haben wollten. Das ist sozusagen unsere Raw Reaction. Vorsicht allerdings, wenn wir jetzt hier drauf mit einem Kackhaufen reagieren, dann kommt das gleich zweimal. Warum zweimal? Na ja, ganz einfach. Einmal wird das OnReactionAd hier ausgelöst. Und einmal wird OnRawReactionAd ausgelöst. Ja, und das heißt, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr nur die gecacheden Reactions benutzen, dann reicht euch OnReactionAd. Oder wollt ihr auch die ungecacheden Reactions benutzen, dann müsst ihr OnRawReactionAd verwenden. Allerdings solltet ihr nicht beide gleichzeitig nehmen, denn ansonsten habt ihr, wie gesagt, diesen Event hier doppelt. Und das ist nicht unbedingt so sinnvoll. Aber ja, so funktionieren im Endeffekt Reactions und so funktionieren auch die Reactions, die nicht gecached sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Verwendet vielleicht nicht so viele Kackhaufen-Emojis, aber hey, das ist nur, wobei eigentlich sind sie cool. Ich mag sie und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.